1 zu 0 für den HSV und Manuel Winsheimer Ausgleich hoch verdient Warning 68. Minute der HSV liegt vorne von Aaron Hunt und der sitzt das 1 zu 0 für den HSV durch den Kapitän und mit dem tollen Schlenzer und Winsheimer der Ausgleich Aaron Hunt mit dem Ausgleich 1 zu 0 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 2 zu 0 Untertitelung des ZDF, 2020